Die TU Dresden ist für unser Unternehmen einer der wichtigsten und bedeutsamen Auftraggebern. In der Zukunft sehen wir sehr viel Potenzial an Studenten, die nach Dresden ziehen werden, Professoren, die nach Dresden ziehen werden, besonders als neue Auftraggeber. Insbesondere sehe ich aber auch die Forschungsergebnisse in der Materialwirtschaft, gerade in ökologischen, nachhaltigen Materialien, Baumaterialien als zukunftsorientierend, beziehungsweise auch die Digitalisierung, die für uns als Unternehmen sehr hilfreich sein wird. Und aus diesem Grund unterstützen wir die TU Dresden.